Euer Zauberspruch Zusammenrufen wurde verbessert. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Eure Geschöpfe sind beeindruckt von eurer Arbeit. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Hühnerfarm. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Trainingsraum. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Folterkammer. Krankerschecks, Krankerschecks, Alter, Alter, so was wieder. Alter, Alter, verfolgt das wieder. Alter, so was wieder. Okay, lassen wir erstmal die Riesenkomme. Alter. Da haben wir die Falle. Ja, das ist so, sie können ja auch alles umgehen. Das ist auch kacke. Machen wir da hin. Zangerspruch, Donnerschlag, zack. Einfach nur ein bisschen was widerstecken, sag ich schon. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie könnten. Oh, da ist noch einer. Tötet ihr denn noch. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kaser. Jut. Jetzt noch die anderen. Skelett ist draufgegangen, aber das ist nicht schlimm. Die kriegen wir gleich wieder rein. Wo? Alter. Spaß dir, ey. Wer geht doch um. Danke. Also, das muss ich jetzt aber auch eine schaffen. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Werkstatt. Einfach mal ein bisschen heilen, sagst du? Ich wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. So, passt. Es war mir ein leichtes. Komm, jetzt habt ihr euch mal ein bisschen was verdient. Euer Kerl ist zu klein. Oh, Leute, wie viel passen denn da rein? Zwei Stück? Ich hab da gerade mal ein paar. Müssen wir uns wohl was größeres craften. So, das wird jetzt mal ein Kerker. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Was soll denn das hier? Alter, die hat echt alles aufgefressen. Okay, ein paar Hühnchen oder so. Nee, kriegst du nicht. Ich glaub, das liegt an dem Riesen, dass die da so viel... Na, die haben halt einen Riesenhunger. Oha. Es stört mich schon ein bisschen, dass das sowas ist. Aber nein. Ich sehe die sind dort, das ist jetzt nicht so mein Problem. Jetzt haben wir das Gold. Ich hab schon gern so ein bisschen das gleiche Ding da gehabt. Oh nö, ein bisschen Kacke. Wir sind halt auch mal so ein bisschen überfüllt. Haben wir jetzt hier ausgebaut? Wo war das denn jetzt hier? Hier war das doch irgendwo. Wo war das? Hier, da. So, Kerker sagst du. So, Zusatzkerker. Das reicht aber nicht. Hinten kann ich hier gar nichts mehr bauen. Hä? Ich hab grad das Ding mal an, bitte. Kann ich hier so ein Ding Kerker hinbauen, damit die direkt abgeliefert werden können. Oh, da geht es ja auch. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Komm mal kaputt jetzt hier. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Super. Oh, Leute, der war schnell da. Oh, da geht es so viele Wege. Das ist richtig schlimm. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Oh, da geht es so viele Wege. Das ist richtig schlimm. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Oh, da geht es überall. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Wie, die kommen nicht zum Schlafsaal? Die soll einfach da hinlaufen, ey. Anstatt mir so ein Stress zu machen. Boah, da ist mittlerweile viel zu groß. Die Schatzkammer war da. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Was ist die Schlafsaal? Das muss ich mich schon um Goldverlagerung kümmern, ey. Was für'n Scheiß. Da ist auch ne Gold argumentant. Machst du das? Und ein anderer macht dann Lustig. Jikes. Kannst mich mal. Ich werde gleich unglücklich, weil ihr so viel meckert. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Boah, der Troll läuft richtig auf. Der Riese kommt da richtig krass eingelaufen. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Folterkammer. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Die kommen nirgends wo hin, begreift er doch. Wir greifen gerade ein bisschen auf. So, da geht's auch nicht lang. Machen wir hier weiter. Oh Leute, da ist noch einer. Alter, der ist einfach in der Wand angeditscht. Aber der soll uns nicht viel kümmern. Das ist Level 2 und einfach ein Bob. Hier mit dem Blitzen. Gumm, Gumm. 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 Eure Portale haben so viele Geschöpfe aufgeloggt wie sie können. Gumm. Seid ihr da drin fertig? Ja glaubt ihr. Seid ihr aber noch lange nicht. Gumm. Ein Troll wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Komm, packt er. Okay, cool. Ich kenne ihn jetzt gerade mal mit Pause. Ich will jetzt gerade mal überall rum. Was, wo? Alter. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Hühnerfarm. Ein Riese wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Sie darf nicht sterben. Sie darf nicht sterben. Nein, nein, sie darf nicht sterben. Sie darf nicht sterben. Hol die doch. Es ist Zahltag. Boah, was? Hol die. Das ist ein bisschen doof für ein dummer Spaß. Ein Troll ärgert sich, weil er nichts zu essen hat. Boah, Alter, das kann ich ja übelst in Ragemo gehen, ne? Fucking MS, ey, wir haben es gar nicht verdient. Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Oh, lol. Wie? Was für... Wo? Daher, oder wie? Ist das scheiße. So, jetzt geht ihr am Essen. Jetzt geht ihr endlich am Essen. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Wie kann ich dem mehr essen geben? Wie nur, wie nur, wie nur? Ein Schöpfe ist in ihrem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ein Goblin ärgert sich, weil er nichts zu essen hat. Ja, es tut mir leid, aber ihr seid halt kacke. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Baut eine größere Hühnerfarm, damit eure Geschöpfe immer gut genährt sind. Ein Goblin hat euren Dungeon verlassen. Was? Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Ich brauche definitiv noch eine Hühnerfarm. Doch, die können sich auch alle da ansiedeln. Hühnerfarm, hier hin, sofort. Nein, nicht das. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Oh, da hinten war toll, dieser fucking Imp. Jetzt hat mich der interessiert. Oh, komm zurück. Oh, da hinten war toll.